Musik Wenn das German Marimba Duo mit seinen fünfoktavigen Instrumenten auf der Bühne steht, darf das Publikum schon deswegen ein außerordentliches Konzertereignis erwarten. Die Darbietung von Mussorgskys Bilder einer Ausstellung macht ein solches Konzert dann aber vollends zu einem überwältigenden Erlebnis der besonderen Art. Mit der weltweit einzigartigen Bearbeitung dieses berühmten russischen Klanggemäldes hat das German Marimba Duo in hunderten Konzerten das Publikum begeistert. Musik 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 Die Marimba erzielt ihre warmen, weichen Klänge durch Anschlagen der Palisanderklangplatten. Der Ton wird durch die Resonanzröhren unter den Hölzern so verstärkt, dass man den Klang fast körperlich spüren kann. Musik Mit einer Vielzahl verschiedener Schlegel erzeugen die beiden Musiker eine beeindruckende Klangvielfalt. Eine spezielle Spieltechnik erlaubt jedem Künstler, vier Schlegel gleichzeitig zu halten und komplexe virtuose Musik zu spielen, die dem Zuhörer einen unvergesslichen Hör- und Sehgenuss bereitet. Musik 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 Die reizvolle, unverbrauchte Musik dieser faszinierenden Instrumente zieht die Menschen unweigerlich in ihren Bann und bereichert auch ihre Konzertreihe um ein mitreißendes Erlebnis. Musik Erleben Sie darüber hinaus in temperamentvollen Improvisationen zwei westafrikanische Marimbas mit ihrem exotischen Flair. Ob klassisch oder modern, das German-Marimba-Duo steht für außergewöhnliche Klänge auf höchstem künstlerischen Niveau. Musik 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 Musik